Dieses Mal beim Ketzer-Podcast Es geht um das Kopftuch-Urteil in Bayern. Also ich habe hier die Original-Presse-Mitteilung vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Erstmal sagen sie, Gegenstand des Popularklageverfahrens ist eine Regelung, wonach Richter und Richterinnen, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie Landesanwälte und Landesanwältinnen in Verhandlungen sowie bei allen Amtshandlungen mit Außenkontakt keine sichtbaren religiös- oder weltanschaulich geprägten Symbole oder Kleidungsstücke tragen dürfen. Die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit, Neutralität oder ausschließlichen Bindung an Recht und Gesetz hervorrufen können. Antragsteller ist eine islamische Religionswissenschaftlerin. Um da fortzufahren, das Bayerische Verwaltungsgericht hob eben mit diesem Urteil eine frühe Entscheidung des Augsburger Verwaltungsgerichts auf. Diese Rechtsreferendarin hatte 2016 zunächst gewonnen und ist jetzt unterlegen. Und das ist etwas, was wir natürlich insofern begrüßen, dass wir eben halt keine Richter haben wollen, die ostentativ religiöse Symbole tragen. Und damit, wenn ich zum Beispiel überlege, okay, ich bin jetzt hier angeklagt wegen Paragraf 166, Blasphemieparagraf, und dann sitzt dann eine Dame als Richterin am Richtertisch. Und der muss sich dann vortragen hier, dass das eine völlig legitime Person, diese Position ist, dass Allah nicht existiert. Nehmen wir an, ich habe gegen Islam irgendwas gesagt, was ja auch vorkommt. Wird ja uns immer vorgeworfen, wir trauen uns nicht, gegen das Islam zu sagen. Okay, ich sage irgendwie, Mohammed hat als historische Persönlichkeit, so wie er in der Biografie ist, nicht existiert. Und das alles Geschichten, die man sich später ausgedacht hat und jemand klagt dagegen. Und ich komme dagegen dann, oder wir reden darüber, das ist ja auch ein anderes Thema, wir reden darüber, über den sexuellen Umtriebe, die Mohammed angedichtet worden sind von seinen Gläubigen. Und wir werden dann geklagt und dann kommt die Richterin und die Richterin kommt dann rauf und die hat dann ein Kopftuch. Da würde ich mir denken, oje, 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 das ist aber vielleicht nicht so nett, wenn ich jetzt hier nochmal versuche, dann meine inhaltlichen Punkte klarzulegen. Vielleicht das, was bei den Meldungen ein bisschen seltsam ist. Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz kann nicht damit begründet werden, Kreuze seien in Verhandlungsräumen weiterhin erlaubt. Die Ausstattung von Verhandlungsräumen betrifft ersichtlich einen anderen Sachverhalt als das Tragen von religiösen oder weltanschaulichen Symbolen durch die betroffenen Amtsträger. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Ausstattung des Verhandlungsraums Angelegenheit der Gerichtsverwaltung und daher nicht geeignet ist, Zweifel an der Unabhängigkeit und Neutralität des einzelnen Amtsträgers hervorzurufen. Mhm. Also Kreuze im Dings sind noch in Ordnung im Saal. Ich denke, das erinnert mich an die Verteidigungsstrategie gegen Hexenverbrennung. Ja. Und zwar, wenn man mit einem Christen darüber redet, ja, früher habt ihr doch Hexen verbrannt, das war doch mal Mode. Und dann sagen die dann, Moment mal, die Hexen wurden zwar verbrannt, ja, aber das waren alles weltliche Gerichte. Ja. Das hat nichts mit Religion zu tun. Und genauso, das ist genau dieses Herauswieseln daraus, dass die mir, die Laptop-Lederhosen Bayern, die einfach, wo Tradition wichtiger ist als gesunder Menschenverstand und ordentliche Rechtsprechung, dann versuchen, dass ich da irgendwie noch alles so bleiben kann wie früher. Weil wenn es anders wäre als früher, dann wäre es ja anders als früher. Und früher war es ja okay. Das ist vielleicht das Argument, wenn ich das richtig wiedergebe. Und die Gleichbehandlung von Minderheiten war eigentlich nur insofern ein Problem, als es darum ging, dass quasi der Proporz der CSU sozusagen in Wahlregionen dann richtig wiedergegeben wird. Und den Umgang mit Minderheiten haben die nicht richtig internalisiert. Und ich denke mal, das ist insofern ein Witz, weil wenn da jetzt überall ist. Ich meine, ich bin in einem bayerischen Gymnasium groß geworden. Wir hatten in jedem Klassenzimmer ein riesen fettes Kreuz und zwar kein Kruzifix, das wahrscheinlich in Zugeständnis an die Protestanten schaut. Und wir hatten Schulgebete, die vor dem Unterrichtsbeginn stattfinden, weil sie während des Unterrichts illegal gewesen wären. Deswegen wurde immer sozusagen fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn Schulgebete angefangen. Das war alles rechtlich sauber, denn es gab keine Schulgebete. Aber wir mussten alle fünf Minuten vor Unterricht da sein. Und dann hat jeden Morgen alle meine Mitklassenkameraden erfahren, dass ich nicht religiös bin, weil ich als Einziger sitzen geblieben bin und nicht mitgebetet habe. Und das wurde jeden Morgen, wurde ich dann quasi dann hier, zack, da ist der, der Nichtgläubige. Da sitzt er, da, da, genau. Alle anderen beten. Übrigens gab es auch viele, viele andere Atheisten in der Klasse, die sich den Gruppendruck dann unter Wort haben. Und das hat ja auch sicherlich einen Sinn, den sozusagen nachzugeben, weil wer würde für ein Nicht-Gott denn eine schlechtere Note kassieren? Also außer einem Spinner, wie ich. Und das ist sozusagen die Argumentation. Hier schreibt einer, die haben nicht mit Tradition argumentiert, sondern unterschiedliche Zuständigkeiten, Gerichtsverhalten und Ungleichrichter. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Herauswieseln aus dem Faktischen. Denn de facto sehen wir dann ein Kreuz, das erlaubt ist. Das hängt dann halt nicht um den Hals von der Richterin, sondern das hängt an der Wand. Es ist aber dennoch sichtbar und es ist sogar noch schlimmer, weil das zeigt nämlich, dass diese Institution, an die ich hingehe, um quasi Recht zu erhalten, dass diese Institution quasi default ausgestattet ist mit einem Kreuz, mit dem man schon früher schon immer gerne den Hexen vor die Nase gehalten hat, die auch vor weltlichen Gerichten dann hingerichtet worden sind. Ich habe das ja auch schon mal erzählt, bei, ich glaube, der letzten Bundestagswahl war das, wo ich dann hier meine Stimme im Pfarrheim abgeben musste, mit Jesuskreuz hinter mir, wo mir Jesus auf den Stimmzettel guckt und danach die Christenpartei gewinnt. Irgendwie kommt man sich da so ein bisschen vor, als ob man in irgendeinem muslimischen Land wäre, wo dann halt die Muslimbruderschaft gewinnt und man in der Moschee wählen gehen muss. Ja, und in muslimischen Ländern ist es halt so, dass Religionsunterricht ist halt auch auf den Universitäten Pflichtfach. Das kann man nicht abwählen. Von der ersten Klasse bis zur letzten kommt man ums Islam nicht herum. Das muss man machen. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist doch Tradition, das machen die schon immer so. Ja gut, nicht immer, weil vor Mohammed haben die es bestimmt nicht gemacht. Und ja, Tradition ist insofern immer ein schlechter Ratgeber. Ich möchte einfach nur mal sagen, dass jeder Mensch quasi bei Null anfängt und dann in den ersten 15 Jahren geprägt wird für sein ganzes Leben. Wir sehen das immer ganz vielen Leuten, die versuchen, aus Religion auszutreten und das geistige Fragmento, die müssen dann trotzdem, so die frisch gewordenen Atheisten müssen mindestens 20 Jahre lang drüber reden, wie schlimm ihr Glaube gewesen ist, anstatt zu sagen, okay, vergiss es, das ist Geschichte. Ich bin jetzt Atheist, ich muss mich jetzt nicht einmal da beschäftigen. Aber dennoch müssen sie dann alles, was sie dann herausfinden über die Welt, müssen sie erst mal nehmen, um ihren eigenen Glauben, ihr ehemaligen Glauben zu widerlegen. Und was dann zufolge hat, dass sie ein oder zwei Bücher schreiben müssen und so weiter. Man kann schon quasi vom Klischee Atheisten reden hier irgendwo. Und was mich dann immer überlege, ich meine, ich bin ja in keiner Religion groß geworden, das ist ein großer Vorteil, wobei ich jetzt nicht, meine Eltern haben einfach nicht drüber geredet, über das Thema. Die hatten eine Meinung dazu, aber die haben sie für sich behalten. Aus Gründen, die auch nicht, also nicht aus den werden Gründen, aber das ist ein anderes Thema. Aber insofern habe ich da kein Problem mit Religion, weil ich nie drin war, außer dass mir Religion in der Schule von außen herangetragen worden ist, offensichtlich. Und was mich dann immer entsetzt, ist, dass 15 Jahre genügt haben, um jeden jungen Menschen so zu prägen, dass er für seinen Rest seines Lebens dann nicht ein Atheist, sondern ein Ex-Katholik ist, ein Ex-Protestant, ein Ex-Muslim, ein Ex-Buddhist, ein, was weiß ich, Ex. Ja, das ist das, was mich, was mich verstört und was dann auch viel sagt, warum das den Religionen so wichtig ist, dass sie die möglichst jung kriegen müssen, weil sie nämlich die geprägt werden. Und wenn dann jemand dann austritt, dann ist er immer noch geprägt, dann muss er immer noch seinen alten Glauben. Hamid Abdel-Samad zum Beispiel ist Ex-Muslim. Ja, sagt hier, das ist Quatsch, aber er ist Ex-Muslim. Und wenn jemand anders aus einer anderen Religion ist, dann ist er Ex-Christ oder was weiß ich. Nicht, weil die anderen ihn zwingen, das zu machen, sondern weil er selbst in seinem inneren Zwang lebt, das abzulegen. Und deswegen, wenn wir einfach mal schaffen würden, quasi die Schulphase dann freizukriegen, dann würden so Traditionen einfach sterben. Es vermisst auch keiner die Tempel, die für Mars aufgestellt worden sind von Römern hier. Also ich zumindest nicht. Wie ist das eigentlich bei den Franzosen geregelt? Die sind ja normalerweise wesentlich schärfer, was die Trennung von Staat und Kirche angeht. Weißt du, wie es in deren Schulen abläuft? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass dort eben Religion keine Rolle spielt. Es gibt ja wahrscheinlich auch kein Religionswidrig, aber ich habe letztendlich keine Primäre. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe zwar schon mit Franzosen geredet, aber nicht darüber. Wäre vielleicht mal interessant rauszukriegen. Ja. Ach so, was hier noch bei dem Kopftuchurteil interessant ist vielleicht, die schreiben in dem dritten Teil ihrer Begründung, dass ausdrücklich damit nicht gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen wird. Und zwar Artikel 11 Absatz 2 bei Ristak betrifft nicht nur das Tragen eines Kopftuchs aus religiösen Gründen, sondern vielmehr alle religiös- oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke oder Symbole, die Zweifel an der Unabhängigkeit, Neutralität oder ausschließlichen Bindung ihrer Trägerin oder ihres Trägers an Recht und Gesetz hervorrufen können. Hiervon umfasst sind auch Kleidungsschlücke, die ausschließlich oder vorwiegend von Männern getragen werden, wie etwa die Kippa oder der Duster. Gucken wir mal, ob sie das wirklich so durchziehen, wenn der erste Richter mit dem Kreuz um den Hals kommt. Oder der erste jüdische Richter kommt, das ist dann auch interessant. Ja. Aber ich denke mal, dann wird es wieder rauskommen, dass in Bayern kein Clowns-Staat werden darf, wo Juden keine Kippa mehr tragen dürfen. Und dann werden die sich wieder irgendwie... Oder es kommt dann, dass ja das Kreuz keinen Zweifel an der Unabhängigkeit, Neutralität oder ausschließlichen Bindung ihrer Trägerin oder ihres Trägers an Recht und Gesetz hervorrufen könnte. Ja, oder dass es kein religiöses Symbol ist, sondern ein kulturelles. Ah ja. Das ist auch mal eine sehr gute Verteidigung. Und wobei dann irgendwann, als sie das letzte Mal gebracht haben, haben sie sogar die Pfaffen aufgeschrien und haben gesagt, ah, Moment mal, das ist hier kein kulturelles Symbol, das ist schon echt so, da ist wirklich ein Jesus dran gestorben, und zwar unser Jesus. Und der war dann auch wirklich tot, also drei Tage, mindestens, mindestens drei Tage und hat dann mehr gelitten als alle anderen, die tot geblieben sind. Ja, eindeutig. Eindeutig. Schlimmer als jeder Krebstod war das. Also, das war der schlimmste Tod von allen, weil sonst das nicht stimmt, was er vorher gesagt hat. Und er sich ja sonst selbst nicht vergeben könnte. Ja, das ist, wenn er, wenn er jetzt da nicht gestorben wäre, dann... Dann würde er noch heute leben. Dann wären wir nicht von unseren Sünden erlöst worden, für die wir mal beichten müssten. Also hätten wir noch die Sünde, also die Erbsünde, also... Das heißt, wir würden immer noch unter Schmerzen Kinder zur Welt kriegen. Also ich nicht, aber Frauen. Ach, das tut jetzt nicht mehr weh? Offenbar. Also, wenn ich es verstanden habe, ich bin da jetzt nur religiöser Leier. Wie gesagt, ich habe das... Ja, okay, jetzt wo du das sagst, dass das nicht mehr weh tut, gibt auch das mit dem Anti-Abtreibungs-Gedöns Sinn. Weil, wenn Geburten ja überhaupt kein Problem sind, man das mal eben so macht, dann gibt es ja auch keinen Grund abzutreiben. Ja. Weil man kann die Kinder ja dann auch einfach gebären, wenn das so mal eben nebenbei geht und danach in ein christliches Heim tun, damit die Priester dort auch noch was davon haben. Da gibt es ja diesen Monty Python im Sinn des Lebens, sieht man ja, wie bei der katholischen Geburt abläuft, wo er in der Spüle steht und wäscht und dann das Kind ploppt raus und dann tut das dann mal zu einer anderen. Ach, genau. Am besten ins christliche Pfarrheim, damit der Pastor wieder Nachwuchs hat. Ja, die kommen doch alle ins Labor dann hinten. Monty Python, Sinn des Lebens, Heilige Schrift, Wort und Bild von Antichrist. Klack. Das muss ich mir vielleicht in so einem religiösen Ritus dann sagen. Ja. Also, werdet alle religiös, dann werdet ihr glücklich. Ja, Themaüberleitung. Jan macht uns jetzt alle glücklich. Genau. Religion ist ja, wir wissen, der Schlüssel zum Glück und zum ewigen Leben, zum ewigen glücklichen Leben und hierzu gibt es eine Studie, die das offensichtlich belegt und Jan berichtet uns davon. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Men بن Ben Ben Untertitelung des ZDF, 2020